So hallo liebe SVN Zuschauer, heute bin ich also beim MMC, also hier in der Schwarzen Pfütze und da findet eine Ferienspaßaktion statt und zwar werden Kinder herangeführt ans Motocross, man hat natürlich auch ein Problem mit Nachwuchs und ja, aber sieht ganz gut aus, kleine Kindermotorrädchen und so und haben bestimmt viel Spaß und ich werde darüber auch einen Film machen und wenn euch das gefallen würde mit Motocross und Kindern und so, dann schaut doch einfach den Film an, der dem Text hier auf diesem Kanal erscheint.